Ich geh glaube ich dahin. Boah, wieso habe ich jetzt mein Wasser? Ich brauchte das doch weggelegt. Wo bist du, Wasser? Da oben. Wasser. Fluch in which mode? Puh. Hm. Gibt es irgendwas noch mit CF? CF, was ich vorher brauche. CF. Brauche ich da noch ein Backpack für. Yo. Ne. Versuch's mal mit Kenny. Wasser. Wasser kann ich da nicht rein. Okay. Das passt da rein, das passt da rein. Und das passt einfach nirgends wo rein. Hm. Alles muss eigentlich raus. Wisst ihr was? Ich versuche einfach jetzt was. Denn ich habe kein, ich kann jetzt dummerweise nicht nachgucken und ich habe keinen Bock, das alles so zu machen. Fülle this cell phone. Nein, das geht auch nicht. Wenn ich jetzt was falsch mache, habe ich verkackt, ne? Okay. Okay. So. So. ihr was? Ich hole mir jetzt einfach diesen Stone. Das kann doch nicht sein, dass das einfach alles nicht funktioniert. CF Sprayer. Das war's. Ah! Water Bucket plus das. Gut. Gut. Flood in which mode? Also ich brauche das und tue das hier oben rein. Dann. Kommt. Das ist vollkommen egal. Gut. Ich müsste da unten eigentlich reinkommen. Ja, das ist jetzt natürlich... Hallo? Wieso habe ich 64 CF Powder? Ach ne, ich bin ja noch in diesem Modus. Hm. Mal wieder her. Das wird... Ah. Ausgemacht. So. Und... Und nochmal. So. Flood in which mode, bitte. Flood in which mode. Da. Das kommt da rein. Das kommt da rein. CF Usage. So. Da kommt eine Water Kapsel rein. Ja. Da kommt CF Powder hin. Gut. Auch kapiert. So. Und das müsste da eigentlich wieder rauskommen. Das plus das gleich das. Ja. 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 Schön. Und nochmal. Das funktioniert jetzt nicht. Nein. Nein. So. So. Wart mal. Wartet mal bitte kurz. Ach. Cheat. Ja. Ich cheate. Weg. So. Ich möchte gerne eins davon. Und ich würde gerne eine... Cell haben. Eine ganz normale Cell. Empty Cell. Eine. Cell. So. So. Nein. Gut. Was ist mit... Äh. Hallo? Nein. Water Cell. Genau. Da. Da. Das Ding kommt da rein. Und... Irgendwas Leeres kommt da auf der anderen Seite hin. Nein. Hm. 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 vom tag. Nein, erstmal rain from cell into tag. So, jetzt gleich auch wieder über der Zeit. Nein, fill... into... fill self into... boah, das geht mir jetzt auf die Nerven weg. Ah, mit. So, ich hole mir einfach hier, wo war das? Construction Farm 2. Komm, wir tun mal so, als hätte ich etwas schon geschafft. So, Seed Mode. Und jetzt müsste man eigentlich kennen können, und zwar... Hm. Müsste ich das eigentlich... Geh wieder hoch, mach das Ding dran, und lass dich verdammt nochmal befüllen. So, wenn jetzt was passiert, was ich scheiße finde... Dann hab ich... So. Ich krieg das nicht hin. Hm... Kenny... So. Options. Inventor. Receipt mute. Cheat Mode. Back. Weg damit. So, was hatte ich noch mehr? Selbst cheat. Nichts. Gut. Inventor. Ah... Falsche Options. So. Back. Ah, jetzt hab ich vergessen. Hm? Ich bin so scheiße. So, und wir sind jetzt auch... Hallo? So. 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 Und damit... würde ich sagen beende ich auch für heute die Folge denn ich kriege heute überhaupt nichts geschissen also bis zum nächsten Mal tut mir leid heute dass ich jetzt eine Stunde hier dran saß und nichts gerissen bekommen habe aber ja bis zum nächsten Mal Tschüss